Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu Let's Play Lego Star Wars. Ähm, mittlerweile ohne Facecam, weil ich mir denke, warum's, warum, warum Facecam bei Lego Star Wars? Das macht keinen Sinn. Wenn ich bei Deponia keine habe, bräuchte ich bei Lego Star Wars auch keine. Ähm, und ja, deswegen jetzt ohne Facecam. Aber es folgen bald wieder Facecam Let's Plays, Leute, keine Angst. Ich glaub, es lag wieder gerade. Ah, Episode 1, die dunkle Bedrohung, Kapitel 4. Pott rennen auf Mos... Mo-Espa, Mos-Espa, keine Ahnung. Königin Amidala und ihre Jedi-Beschützer fliehen von Nabu nach Koruskant. Koruskant, keine Ahnung. Um dort den Galaktischen Senat über die Invasion der Handelsföderation zu informieren. Als jedoch der Hyperantrieb ihres Raumschiffes. Während ihrer waghalsigen Flucht beschädigt wird, müssen sie auf dem entlegenen Planeten... Tattooien... Ne... Notlanden. Ha... Ja. Ja. Ich hab, ähm, einen Aussprachetipp bekommen von... Lovis. Und ich hab's schon wieder vergessen. Fuck. Ich werd's sehen, wenn ich den Namen wiedersehe. Dann werd ich wieder wissen, was er gesagt hat, wie ich den aussprechen soll. Und... Ja. 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 So, wir müssen jetzt das Rennen machen. Als Anakin Skywalker. Soweit ich weiß. Und gewinnen. Und... Ich... Weiß nicht mehr... Ach, wie ist das... Ich weiß gar nicht mehr, wie man was... Oh Gott, ist das schnell. Okay, hier links lang zu fahren bringt, glaube ich, nicht wirklich was. Okay, da kommen wir nicht lang. Kann ich irgendwas mit S oder A oder so drücken? Ne, kann ich nicht. Also, es bringt nichts... S, A oder whatever zu drücken. Huh. Wir haben's geschafft, okay. Den ersten Abschnitt. Wir müssen, glaube ich, drei Runden oder so machen. Ich hab keine Ahnung. Auf jeden Fall ein paar Runden. Hier hab ich das... Nein, da unten ist der... Okay, da unten ist ein Kid. Das merken wir uns. Ich weiß nicht, wie viele versuche ich damals gebraucht habe, diesen Kack hier hinzukriegen. Huhu. Ja, 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 Kid. Hm, 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 hm. Also, 100% hinzukriegen, ne? Ich hab keine Ahnung, wie oft ich dafür gebraucht hab. Okay, das haben wir. Das auch und das Kid auch. Supergeil. Sehr gut. Okay, schöne Sache. Ui, 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 ui. Merkendoki. Du willst jetzt mal rechts lang fahren. Okay, wie kannst du nicht rechts lang fahren, wie es aussieht. Huhu. Okay. Alter, ist das anstrengend. Das ist anstrengender, als erwartet. Oh, kacke. Nein, was? Ich hab das mit... Nein, ich hab das Kid verpasst. Scheiße. Wir müssen es, glaube ich, danach nochmal machen. Das Rennen, weil ich das Kid verpasst hab. Aber wir wollen ja eh nochmal alles. Wir müssen ja eh nochmal... Alles neu machen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hab mich da durchgemogelt. Wie hab ich das denn geschafft? Gibt es nur eine Runde? Äh, zwei Runden? Oder gibt es auch drei Runden? Ich hab keine Ahnung. Hei, 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 hei. Okay, wir haben den wahren Jedi schon mal geschafft. Okay, wir müssen uns das nächste Mal also nur auf die Kids konzentrieren, wenn wir das Spiel... Äh, die... Diese... Diese Episode machen. Okay. Kopf-an-Kopf-Rennen. Mit... Wer auch immer das ist. Irgend so ein... Sporki! Huh! Huh! Okay. Da ist auch wieder ein Kid, okay. Alles klar. Das haben wir eingesammelt. Schöne Sache. Wieso kommen wir da nicht durch? Ah, da müssen wir irgendwas... Dafür brauchen wir irgendwen, okay. Ich weiß nur nicht wen. Ich hab das nicht erkannt. Nicht genau. Leider. Okay, ich will unten langfahren eigentlich. Ja! Wir haben das Kid, okay. Supergeil. Super, supergeil. Wir haben ihn gleich überholt. Wir haben ihn überholt. Was? Ja, gg. Ja, okay. Alter. Ich bin erstaunlich gut gerade. Oder ich schaff das erstaunlich gut gerade. Okay. Das holen. Den Speed. Komm, wir schaffen das. Wir schaffen das. Yes! Woohoo! Beim ersten Versuch, Alter. Ich bin... Wow! Begeistert von mir. What the fuck? Das hab ich nicht erwartet. Als ob er das schon dabei hatte. Also, das ist jetzt unlogisch. Yeah! Wir haben einen neuen Antrieb! Woohoo! Ernst wo? Sein Ernst? Oh, Mann, oh, Mann. Und Anakin ist aus irgendeinem Grund mit an Bord. Alles klar. Ich glaub, jetzt könnten wir rein theoretisch schon alle Level machen. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Anakin's Pod. Pod. Food, Pod, Ball. Whatever. Whatever, ja. Whatever. Ach ja. Steine insgesamt. Schon wieder ein paar mehr. Okay. Minikids. Wie viele Minikids haben wir gesammelt? Also eins in der Mitte hat uns gefehlt. Auf jeden Fall. Ja, und fehlt uns das in der Mitte. Und wahrscheinlich eins oben. Also da, wo wir nicht lang konnten mit Anakin. Die beiden fehlen uns. Die beiden müssen wir kriegen. Ich weiß nur nicht. Vielleicht muss ich mich da mal erkunden. Äh. Erkundigen. Nicht erkunden. Erkundigen. Was wir da für einen Charakter nehmen müssen. Episode 1. Die dunkle Bedrohung. Episode. Äh. Kapitel 5. Okay. Eroberung des Palastes. Auf Koroskant erkennt Königin Amidala, dass der Senat von der Handelsföderation korrumpiert ist und sich hinter seiner eigenen Bürokratie versteckt. Enttäuscht kehrt sie nach Nabu zurück. Mit Qui-Gon-Gin oder so? Ne. Qui-Gon-Gin? Qui? Qui-Gon-Gin? So wurde er, glaube ich, ausgesprochen. Obi-Wan-Kenobi, Captain Panaka, dem Astro-Mech-Droiden R2-D2 und Anakin Skywalker, dem jungen Pan-Wah-Fuck. Ich habe es, okay. Äh. Äh. Zu viele Namen falsch ausgesprochen, Alter. Okay. Ich glaube, Qui-Gon-Gin war das. Qui-Gon-Gin. So wurde er, glaube ich, hat Lovis mir geschrieben. Lovis Krabbe. Super tolle Abonnent. Wie lange bist du schon dabei, Lovis? Ich weiß es nicht. Ewigkeiten. Also, mit der aktivste... Also, eigentlich der aktivste Abonnent. Auf jeden Fall. Freut mich auch. Freut mich sehr. Ach ja. Dem, dem, dem. Irgendwie sehen die Droiden ja echt süß aus, ne? Ist das König im Pan- Äh. Böp, äh. Dings da. Amidala. Yeah, Skilla. Okay. Wir spielen weiter Obi-Wan. Bam, bam. Ach so. Ja, das macht Sinn, dass ich das nicht machen kann. Aber wir können hier... Oh, lol. Was? Ne, warte mal. Ah. Kann ich damit auch hochfliegen oder so? Ne. So, kann ich damit irgendwie hochfliegen? Ne, ich kann nur schießen. Schade. Ah, es ist auch schon cool genug. Nenn, 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 nenn. Wie cool das ist. Einfach die ganze Zeit schießen. Einfach die ganze Zeit schießen. Okay, einmal zurückrennen. Fliegen war nicht. Und schießen weiter. Da auf die. Schieß auf die da unten. Irgendwie. Okay, dann nicht. Den da oben vielleicht noch. Bitte schieß mal darauf. Hallo. Danke. Haben ihn getroffen. Wir können sie halt platt machen. Das ist so geil. Bam. 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 Putsch. Okay. Gut, jetzt rennen wir mal ein bisschen hier lang. Weil hier war ja noch was zum Hochziehen. Genau. Ich brauche einmal dich am besten. Um mich hochzuziehen. Nein. Nein. Och Mann. So. Rüber. Rüber. Nein. War da oben noch mehr? Ich weiß nicht, ob da noch mehr war. Lass mal nachgucken gehen. Hopp. Ich sollte auch die Sprungtaste drücken und nicht... Ah. Höh. Nein, hier oben ist nicht mehr. Okay. Gucken wir nochmal hier hin. Hier noch irgendwas geheim mit ist. Ja. Hä? Hä? Äh. Äh. Haben wir irgendwen dabei, der gut springen kann? Ne. Anakin kann nicht springen, ne? Er kann nicht mal ein Doppeljunge. Äh. Doppelsprung. Doppeljungen. Ja, genau. Doppeljungen. Alles klar. Doppeljungen. GG. So. Hier ein bisschen Money. Beziehungsweise Steine. So, jetzt kann ich das hoch machen. Okay. Das hier kann ich doch auch hoch bringen. Kann ich das nicht machen, während ich drauf stehe? Nein, kann ich nicht. Wann? Ah. Einmal so. Zack. Das hier. Nein. Oh. Ich muss hier rauf. Schnell. Das hoch bringen. Und jetzt? Okay. Ich komme, glaube ich, hiermit nur hier rauf. Ich gucke erst mal nach, was hier so ist. Erst mal ein bisschen umgucken, ne? Ich weiß gar nicht, ob wir das Level hier komplett schon abschließen können. Ich bin mir da gar nicht sicher. Vielleicht brauchen wir... Ich denke mal, wir brauchen irgendwie CP3PO oder so noch. Bevor wir das komplett abschließen können. Irgendwie ein Charakter, den wir hier jetzt nicht dabei haben. Ich wette es. Ich wette es. Bestimmt brauchen wir einen Kopfjäger. Ähm. Mann. Danke. Zack. Ich brauche einmal dich. Um gleich hier hoch zu kommen. Bestimmt brauchen wir einen Kopfjäger in dem Level eben. Könnte ich mir ganz gut vorstellen. Komm hier nicht durch. Wieso kommen wir hier nicht durch? Ich will da aber durch, eigentlich. Oh, da oben ist was. Nur Geld, oder was ist hier? Nur Money, okay. Alles klar. Dann nochmal hier hoch. Und diesmal zur anderen Seite. Oh, ich habe da einen Medi... Ich habe da einen Kit gesehen. Ein Medi-Kit. Mini-Kit. Ich habe da einen Mini-Kit gesehen. Aber wir kommen da nicht hoch. Denn dafür bräuchten wir einen, der größere Jumps machen kann. Aber irgendwie haben wir davon keinen. Oh, hier ist auch ein Kit. Ähm. Okay, ich glaube wir müssen dann... Als ob ich da nicht hoch... Ich wollte gerade sagen, als ob ich da nicht ankomme. Wir kommen ja mit Obi-Wan oder so nicht hier hoch. Das ist das Problem. Das heißt, wir müssen das Level definitiv nochmal machen. Schade. Schade, schade. Schokolade. Komm schon. Ich will R2. Okay. Nein, ich will... Ich will ein blaues Laserschwert. Danke. Okay. Guck mal, dafür brauchen wir Anakin. Ähm. Nein, erstmal brauchen wir dafür so einen hier. Um uns darüber zu springen. drüber schwingen zu können. Moment. Ist Anakin schon durch? Ah, da ist Anakin. Okay. Guck mal, hier. Jetzt können wir nämlich hier... durch... und hier rauskommen wieder. Ich will vorher nochmal gucken. Wir haben hier hinten doch locker irgendwas, was wir holen müssen, oder nicht? Okay, nein. Irgendwie nicht. Hä? Hä? Manchmal springt er, manchmal nicht. Ach so, weil ich... immer nicht zur Seite... Okay. 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 Jetzt aber. Weil ich kann die rechte Taste nicht drücken, wenn ich irgendwie noch eine andere Taste drücke, oder? Ich kann... nicht oben und rechts gleichzeitig drücken mit irgendeiner anderen Taste. Oh, Mann! Aua! Unser ganzes Geld. Mann! Mann! Geh weg! Ist mein Geld noch da? Mann, oh nee, ist es nicht. Och, Mensch. Och, Mensch. Hier ist nichts. Aber das hier können wir noch zerstören. Kommen wieder Geld. Können... Knopf drücken, dann geht das auf und wir bekommen ein Mini-Geld! Yeah! Bevor wir das da gleich aufmachen, will ich erstmal hier lang schauen. Denn dort oben ist etwas Schickes, wie es aussieht. Bam! Die könnte ich eigentlich auch alle aufmachen, ne? Dann bekomme ich mehr Geld, aber egal. Ups. Sorry, Anakin. Okay, ich glaube, da rauszufallen wäre eher kontraproduktiv. Aber das ganze Geld einsammeln. Oh Mann, was mache ich denn mit mir? Was mache ich denn, ey? Ich bin ein Held! Was ist denn mit mir, ey? Heilige Kacke! Okay, eigentlich wollte ich das Level noch in dem Part schaffen. Weil ich wollte eigentlich nur ein Part aufnehmen und keine Aufnahmesession machen. Mann! Ich glaube, daraus schwirrt nichts. So, dann würde ich auf das Feld stellen, Leutchen! Super! Und natürlich erwartet uns wieder ein Kampf. Bam! Bam! Leck! Okay. Bam! 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 Darauf! Auch darauf! Okay, ich glaube, dann müssen wir dadurch... Ja, wir müssen dadurch mit dem großen oder mit dem höher jumpenden Charakter darauf springen. Ah! Cool! Das nehmen wir mit. Ja, okay, wir schaffen das nicht mit den... 100% glaube ich. Also, genug Geld einsammeln. Jetzt, wo wir hier nochmal ein bisschen mehr bekommen? Ja, weiß man nicht. Dafür brauchen wir... Die rote Jedi Macht! Aua! Okay, so kriegen wir es auf jeden Fall nicht hin. Aua! Ja! Okay. Das hätten wir. Wir brauchen auch wieder die... Rote Jedi Macht. Wieso sag ich rote Jedi Macht? Dass es die Sith macht, oder nicht? Ist der mit mir? Ja, da müssen wir jetzt... Ach komm, hier können wir noch nicht weiterspielen. Hier können wir nicht weiterspielen. Hier können wir nicht weiterspielen. Warum bin ich denn da? Hup, 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 hup. R2! Ich brauche dich! Tschüss! Super! Zack! Dip, 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 dip.